Am Ende geht es darum, dass es auch hier im Bundestag einen Untersuchungsausschuss zur Corona-Aufarbeitung gibt, wo dann die Verantwortlichen auch Rede und Antwort stehen müssen. Und ich sage schon sehr deutlich, ich finde es skandalös, dass jemand wie Herr Lauterbach, der nun wirklich wissentlich in der Corona-Zeit immer wieder die Unwahrheit gesagt hat, der ein wesentlich Verantwortlicher dafür ist, dass mit 2G ein Teil der Bevölkerung aus dem gesamten öffentlichen Leben ausgegrenzt wurde, dass es auch diesen massiven Impfdruck gab, dass der nach wie vor als Gesundheitsminister weiterarbeiten kann. Und ich muss ehrlich sagen, die Art und Weise, wie die FDP jetzt versucht, sich auf dieses Thema raufzusetzen und von ihrer eigenen Mitverantwortung abzulenken, weil die schlimmste Ausgrenzung gab es unter der Ampel, die gab es ja nicht in der Ära Angela Merkel. Das heißt, die gab es unter einer Regierung mit FDP-Beteiligung. Also die Art und Weise, sich hier mit der Forderung einer Enquete-Kommission aus der Affäre zu ziehen, das werden wir nicht durchgehen lassen. Wir sind der Meinung, dass es einen Untersuchungsausschuss dazu bedarf. Man kann sagen, Corona ist vorbei, aber es kann immer wieder eine Situation geben, dass Erreger, neuartige Erreger in Umlauf kommen. Aber jetzt auch...